Ich denke schon, dass ein bisschen was anderes daran ist. Wenn man selbst Fuß so spielt, dann weiß man ungefähr, wie das hier ablaufen soll. Man muss schon ein bisschen üben, dass man das dann auch rausbekommt. Der FC Bayern ist die erfolgreichste Club-Internet-Website der Welt. Wir haben 35 Millionen Klicks pro Monat. Wir haben großes Interesse, dass wir im Internet unseren Fans was bieten können. Jaaa! Oh nein! Warum nicht? Nein, das wäre schon lustig, aber der Poldi ist da auf Nummer 1. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020